Lukas, komm, hau rein! Ich hab extra alle Jungs nach Hause geschickt, jetzt lass uns auch in Ruhe drehen! Ja, ja. Die Produktion ist heute quasi unser Separee. Sehr schön. Hast du das gehört? Ich hab nichts gehört. Harald, wir sind ja alleine. Komm. Okay, läuft und läuft. Und bitte. KRONE TV dreht heute in Werlte quasi die stille Nacht. Harald, du sollst dein Handy ausschalten, wenn wir drehen. Lukas, ich bin unschuldig. Na ja, dann gehen wir noch einen Schritt zurück, Harald, bitte. Ja, okay. Was ist das denn jetzt schon wieder? Ich dachte, die wären nur für die Kunden. Lukas, ich schwöre, ich hab keine Ahnung, wo der Keks herkommt. Oh, ich drehe noch durch, von wegen, stille Nacht. Oh, Mann, da. Oh. Oh. Oh, komm. Ja. Lukas, jetzt überleg doch mal selbst. Klingelglöckchen, Kekse, Nachtigall. Ich hör dir. Trapsen, da. Ich werd bekloppt hier, da. Okay, Harald, das macht keinen Sinn. Komm, wir gehen mal anders hin. Kluge Entscheidung. Ei, ei, ei. Sorry. Ja, uns ist da ein kleines Missgeschick passiert, würd ich sagen. Ja, das kann man so sagen. Aber noch mal ganz von vorne. Dritter Advent, kurz vor Weihnachten. Wir laden mit dem Weihnachtsmann grad alle Pakete auf ins Schlitten. Was passiert? Geht der Schlitten einfach kaputt? Mit dem Nordpol. So was passiert, wenn man auf den falschen Hersteller sitzt. Na ja, dann mussten wir uns natürlich einen Plan B überlegen. Und haben nachgedacht und gegrübelt, wer ist denn wirklich der beste und zuverlässigste Partner in der Transportbranche. Da mussten wir direkt an Krone denken. Weil wir natürlich wussten, dass der Weihnachtsexpress dort steht. Und wollten uns kurzerhand den Weihnachtsexpress, nennen wir es, ausborgen. Und ja, da ist leider auch nicht alles weggelaufen. Ja, ja. Die Produktion ist heute quasi unter Superbesitz. Ach, was? Kann ja keiner ahnen, dass die auf einmal am Wochenende Krone TV drehen wollen. Und dann kam dann der Harald rein und ich guck jede Woche seine Videos. Wirklich, die sind super. Und dann wollte ich da direkt hin. Ja, da wären wir das zweite Mal fast aufgeflogen. Ja, das war wirklich haarscharf, das muss man wirklich so sagen. Wir hatten lautstarke Unterstützung, die verhindert hat, dass wir letztendlich entdeckt wurden. Musik Es tut uns sehr leid. Aber diese Woche wird es leider keinen Krone-TV-Beitrag geben. Aber, naja, alle Geschenke werden dafür ausgeliefert. Musik 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 Musik